Hallo, willkommen auf dem Kanal Rukorti. Ich bin der Niklas und wir spielen jetzt Banished. Als erstes einmal zu mir. Ja, ich bin jetzt relativ neu auf dem Kanal Rukorti und von mir gibt es jetzt erstmal so ein bisschen Banished. Schauen wir mal, was uns hier so die Zukunft bringt. Ich hatte jetzt gerade mal kurz Zeit, mich so ein bisschen einzuspielen. Spiel geht gerade noch. Lass uns mal überraschen, was so die Zukunft hier bringt. Sollte gleich soweit sein mit dem Laden. Dann schauen wir mal, was wir draussen machen. Ja, ich bin gespannt, was ich euch noch für Let's Plays bringen kann. Ich glaube Left 4 Dead 2 haben wir jetzt schon geuploadet und jetzt kommt Banished. Ich weiß nicht, was ich danach noch als Projekte raushaue. Muss ich mich mal überraschen lassen. Ihr könnt auch gerne Vorschläge oder ähnliches machen. Schauen wir mal die Karte an. Hier haben wir so ein kleines Dörfchen. Ein paar Hügelchen haben wir da. Sieht aber ansonsten relativ flach aus. Ich habe eben schon mal fünf Minuten Zeit, mich so ein bisschen einzuspielen. Deswegen gibt es jetzt hier erstmal ein paar Felder, die gebaut werden. So ein bisschen symmetrisch immer ein Abstand, dass man eventuell sogar noch was dazwischen basteln kann. Was haben wir hier? Die Reserve von Feuerholz ist sehr gering. Dagegen müssen wir da natürlich was machen. Und zwar ein Woodcutter bauen. Haben wir hier. Haben wir mal die Anzahl der Leute, die hier so ein bisschen rumbasteln. Und dann wollen wir mal zusammen ein bisschen hier anschauen, wie lange das dauert. Nebenbei können wir noch ein paar weitere Felder bauen. Hier haben wir zum Beispiel. Das waren jetzt Viehfelder, die ich hier hatte. Jetzt bauen wir hier ganz normale Felder hin. Größe 15x15. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz so viel Spielerfahrung in diesem Spiel. Also falls ihr Anregungen, Tipps oder ähnliches habt, könnt ihr das immer gerne in der Kommentarbox lassen. Ich werde nicht zuallererst alles auf einmal bauen, sondern mal alles so ein bisschen pausieren lassen. Und jetzt schon mal so ein paar Wege hier in unser Dorfmittelpunkt reinziehen. Ja, die Folgen wären alle ungefähr so um die 15 Minuten lang. Schauen wir mal, wie sich das dann hier so entwickelt. Ich kann nicht so sagen, schauen wir uns an, was die Zukunft bringt. Müssen wir uns alle so ein bisschen überraschen lassen. Ich ziehe hier schon mal so ein bisschen mehr Wege. Das war schon mal so eine kleine Strukturierung hier in unserem kleinen Dörfchen haben. Dass wir wissen, wie basteln wir was, wie machen wir das so. Und so kann das ja alles was werden. So wie das aussieht, haben wir hier wohl mehr Manpower zur Verfügung. Also können wir ja hier noch das andere Feld, was ich hier drunter gebastelt habe, auch nochmal bauen lassen. Voila. Verklickt einmal kurz. Das ist ja überall nur... Ach, hier haben wir 3%. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schneller geht, wenn wir jetzt den Weg dran schustern. Aber ich könnte es mal so sagen, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Zug. Aber hier die Feldbegrenzung, ja. Dann haben wir das ja schon mal verbunden. Sollten sie hier eigentlich relativ zügig anfangen zu arbeiten. Hier machen wir nochmal die Feldumrandung. Jetzt haben wir das eine Feldumrandet. Jetzt haben wir hier blöderweise relativ viel Kleinkram. Ist frei. Da empfiehlt es sich immer mal so ein Lager hinzubasteln. Ah, die basteln die Wege. Natürlich ist mir mit den Wegen jetzt nicht ganz so gut geholfen. Das ist schon fertig. Dann ziehen wir hier mal einen ab. Lassen ihn hier beim Gutkatter anfangen. Zack. Dann haben wir das auch schon mal damit jetzt Feuerholz gebastelt. Jetzt kommen sie schon schön hier in der Nähe. Es wäre ja ganz schön, wenn sie das jetzt fertig basteln könnten. Jetzt kann man denen eigentlich nur so ein bisschen beim Arbeiten zugucken. Also, was wir machen können, können wir jetzt hier nicht weiter. Wir haben ja nicht genug Leute da, die so ein bisschen rumbasteln. Deswegen mache ich mal die Zeit so ein bisschen. Verschnellere ich mal, dass wir genug Zeit haben, die Wege fertig zu klöppeln. Das war wohl eine schlechte Idee als erstes, die ganzen Wege zu bauen. Da sehe ich ein. Falls wir jetzt hier beim Spiel die ganze Kolonie verlieren sollten, müssen wir wohl nochmal neu anfangen. Und dann würde ich es wahrscheinlich besser machen, dann ohne Wege anfangs. Einfach nur mit Häuschen. Das war auch noch mit Häuschen. Das war auch mit Häuschen. Wie gut jetzt fleißig gefällt, das ist auch schön, dann haben wir hier auch gleich 2 freie arbeitskräfte, die können hier überall so ein bisschen unterstützen hier Jetzt wo wir die Leute haben, kann man das ja machen Ja, jetzt die Frage, was ist denn eigentlich mein Ziel hier, wenn ich Natürlich möglichst große, prunkvolle Gebäude zu bauen, möglichst großes Dorf, wenn nicht sogar eine Stadt machen Und ja, schauen wir mal, die Reserve auf Holz ist leer und das ist nahezu voll Hier ist das Limit erreicht, dann müssen wir das mal so ein bisschen höher stellen Ich glaube 1000 ist eine angemessene Zahl Kann man hier schon was, ja Können wir hier mal Korn anpflanzen lassen Jetzt ziehen wir mal 4 arbeitskräfte ab und verteilen die hier drauf Und hier wird ja schon mächtig gut geholt Wird gleich wahrscheinlich noch ein bisschen gebastelt Genau 76 Holz brauchen sie Wie viel haben sie hier? Also mehr als roundabout 150 Holz haben sie Ich könnte mir höchstens mal überlegen, vielleicht noch ein größtes Lager anzubauen Das könnte ich tatsächlich noch machen Das könnte ich tatsächlich noch machen Das war noch mein Weg und dann Ich will wieder dreimal zählen Ja genau, jetzt sind das hier schon an 70% haben sie Das ist mit dem Feld hier unten los Und damit noch der Rest entfernt Und dann können wir hier, was haben wir hier? Kornfeld, dann machen wir hier mal ein Pepperfeld Dann brauchen wir nicht viel mehr Leute, wie das denn so immer ist Fiere Und hier wird noch gebastelt Das ist fertig, Schafe Eins, zwei Dann kommen hier auch Schafe hin Insgesamt 4 Arbeiter Da haben wir jetzt noch 4 zur freien Verfügung Und ich glaube mit dem können wir noch ein Fischereifach gelöntes machen Machen wir hier noch den E-Kennen Wie schön sie das gehört Was sind sie hier schon? Hier haben wir jetzt auch noch Feuerholz Jetzt erst mal Preparator Wie sieht das jetzt aus? Mit dem Essen haben wir jetzt leider keins Dann haben wir die Schafe irgendwie Dann müssen wir erst mal warten Hier haben wir bisher noch keine Schafe Oder irgendwie splitten oder empty Also leer machen Können wir bis jetzt ja noch nicht Müssen wir mal warten, bis sich die Schafe so ein bisschen vermehren Wie sieht das ganze hier aus? Ja hier haben sie auch noch nicht angefangen Ist ja auch noch keine Saison Aber ich kann ja auch noch mal einen Weg drum schustern Ich kann ja auch noch mal einen Weg drum schustern Dann lassen sich hier noch den ganzen Weg drum herum Ein paar Räume werden noch entfernt. Dann müssen wir mal den Winter abwarten, was der nächste Frühling dann so bringt. Ah, die Fischereibebude ist auch fertig. Können wir hier auch mal die vier abziehen und hier vier aufbasteln. Ich erweitere jetzt die Häuser noch nicht, weil wir noch nicht genug Essen da haben, dass man da wieder irgendwas machen kann. Ja, dann heißt es warten, 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 die Linke überwarten. Was machen unsere Schäfchen? Achte immer noch. 2 neue Dörfler. Können wir nochmal neuen Fischer bauen. Noch Fischer wollte ich bauen. Können wir den direkt hier nebenbasteln. So. Direkt einen Weg hinter. Das sind ja schon alle gut Malochen. Ach, hier ist noch... Hier sind noch Iron Tools. Eisenwerkzeuge. Da könnte man auch noch was bauen. Aber das würde ich erstmal hinsetzen und auf Pause drücken. Hier, ein Schmied. Wohnt relativ viele Ressourcen, so wie ich das hier sehe. Können wir hier so vorsetzen. Oh, der ist gestorben. Ein Kind. Aber wir wollten ihn hier auf Pause setzen. Uff. Wir haben sie ja schon fast fertig gebaut. Dann lassen wir den erstmal fertig zuschustern und dann... Oh, der ist auch schon fertig. Das ging aber flott hier. Können wir den erstmal fertig zuschustern lassen. Oder ne, wir machen auf Pause und lassen die beiden Arbeiter beim Fischer anfangen. Zack. Hier hatten wir alles eingestellt. Passt. Oh, hier sind zwei zu viel. Können wir noch hier hin. Wenn wir jetzt sterben, sind sie alle weg, weil sie nicht genug zu fudern haben. Aber... Ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt unsere erste Farm. Und damit würde ich jetzt auch die erste Folge beenden. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Jťärung.